Du liebst die Nordsee. Weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt es immer noch viel zu viel. Gotbeck, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Clean-Ups haben sie dort inzwischen eine Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotbeck mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastik nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotbeck, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastik hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com Mit dem Code NORDSEE10 bekommst du zur Zeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 75. Folge des Nordsee-Podcasts. Und heute tauchen wir nochmal wieder ein bisschen weiter in die Welt der Lotsen ein. Letzte Woche hatte der älter Mann der Lotsenbrüderschaft Weser zwei Jahre, Jan Helge Jansen, ja schon Einblick gegeben, wie der Alltag eines Lotsen aussieht. Aber dieses Lotsenwesen hat einfach noch so viel mehr Facetten. Und es ist eine so unfassbar wichtige Aufgabe. Ja, Lotsen sorgen für Sicherheit an unserer Küste. Und sie gehen schon in der Deutschen Bucht an Bord. Und dann wird zwischendurch auch nochmal gewechselt. Das erfahrt ihr alles im Laufe dieser Podcast-Folge. Aber sie sorgen im Grunde dafür, dass all die großen Schiffe, die ihr in unseren Häfen angucken könnt, dass die dort sicher ihren Liegeplatz erreichen. Und dass kein Schiff irgendwo auf eine Sandbank aufläuft oder festsitzt oder was auch alles passieren kann. Ja, sie steigen unterwegs zu. Und das ist schon ein abenteuerlicher Akt. Gehen auf die Brücke, beraten den Kapitän und sorgen so dafür, dass Autotransporter, Containerschiffe, Tanker, Stückgutfrachter, Kreuzfahrtschiffe, die unterschiedlichsten Schiffe unsere norddeutschen Häfen gut erreichen. Und das ist wichtig für die Häfen, wichtig für die Räder, wichtig für die Küste. Und wir machen jetzt einfach genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Freut euch auf den Elternmann Jan-Helge Janssen. Ich drehe ja Filme für den NDR, für den Nordsee-Report. Und ich habe es einmal geschafft, das hatte ich mir in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt mal mit einem Containerschiff fahren will. Und habe es mit viel Mails, mit polizeilichem Führungszeugnis und ärztlicher Untersuchung geschafft, an Bord eines Containerschiffs von Maersk zu kommen, Mayview Maersk. Wir sind in Bremerhaven an Bord gegangen abends und sind dann, glaube ich, morgens um sechs abgelegt. Ziel war der Hamburger Hafen. Und da habe ich dieses ganze Lotsenwesen mitgekriegt. Ein Lotse wurde gewinnt. Aber ich habe das so in Erinnerung, wir hatten drei Lotsen. Weil es gibt ja drei verschiedene Lotsenreviere. Können Sie das nochmal erklären, wie das ist, wann welcher Lotse zuständig ist? Für das Ablegen im Bremerhaven, das macht der Hafenlotse. Und sobald der dann das Schiff, ich sage mal stromgerecht heißt es, also es liegt in der Mitte der Weser, platziert hat, dann einer meiner Kollegen sagt dann, okay, weiter geht die Reise. Und dann geht es die Weser Richtung Wesermündung quasi. Und jetzt ist die Frage, wie mein Kollege dann, ich sage es jetzt mal so salopp gefahren ist, entweder einfach rechts abgebogen, wenn der Tiefgang es zugelassen hat, oder ist ein Stück Wade geradeaus gefahren und dann im Grunde nach Steuerbord weg, um Richtung Elbe zu fahren. Und ganz oft ist es dann so, dass der Elbkollege in Bremerhaven auch schon mit an Bord gekommen ist und mein Kollege steigt dann zwischendrin aus. Einer wurde gewünscht unterwegs. Konstellation. Ja, ja, mein Kollege ist ausgestiegen, dann war er weg. Und dann ist er in die deutsche Bucht und von der deutschen Bucht ist der Elbkollege dann weiter die Elbe aufwärts gefahren. Und die selber, obwohl es eine Brüderschaft ist, die haben zwei Bezirke, weil die Elbe einfach sonst so lang ist, das ist zeitlich, da sind wir beim Thema, man kann ja nicht unendlich aufmerksam sein, die wechseln quasi auf der Elbe in Brunsbüttel. Da kommt im Grunde ein Kollege seiner Brüderschaft und die machen einfach nur einen Lotsenwechsel. Ist aber auch Elblotse, der das Schiff dann weiter Richtung Hamburg fährt. Das wäre dann Nummer drei im Bunde. Und dann in Hamburg selber, die haben auch nochmal wieder Hafenlotsen, die dann die Schiffe da einparken. Also so endet dann die ganze Reise. Klingt sehr viel, aber der Hintergrund ist eben, frische Leute, auch die kommen, sind immer auf dem neuesten Stand, weil ja gerade vorher in der Station gewesen. Und so kann man dann eben gewährleisten, dass bei der Schiffsführung auch die letzte und neueste Information vorliegt und berücksichtigt werden kann. Ja, Wahnsinn. Ziemlicher Aufwand. Und dann haben wir noch nicht über die ganzen Personen im Hintergrund gesprochen, weil all diese Schiffe werden auch noch landseitig mit Landradarberatung unterstützt in der Fahrt. Da sitzt also ein Kollege von mir, der normalerweise auch auf dem Schiff fahren könnte, aber der sitzt in dem Fall an einem Radarschirm und beurteilt, oder ich sage jetzt mal so, damit es alle verstehen, kommentiert im Grunde die Fahrt des Schiffes auf dem Radarbild, was er da sieht und sagt dem Kollegen eigentlich die ganze Zeit, wie er im Revier, also im Fluss Weser, in der Fahrrinne, die eben die Tiefe auch hergibt, dass das Schiff drin fahren kann, steht, damit der da A nicht rausfährt und auf Deutsch auf den Sand oder auf Grund fährt und eben die Schifffahrt, die da sonst noch so unterwegs ist, die hält ja nicht an, passiert, damit da auch alle Sicherheitsabstände eingehalten werden. Das macht er dann auch noch. Und das Gleiche passiert auf der Elbe. Also da sind einige involviert an der Sache, damit es am Ende eine glümpfliche Passage wird, ohne irgendwelche Vorkommnisse. Und das ist ein Kollege der Lotsenbrüderschaft, der am Computer sitzt und das beachtet. Genau, wir haben, wenn Sie, der Kollege, der zwei Stunden, bevor das Schiff in Bremerhaven losfahren soll, quasi einen Anruf bekommt, in zwei Stunden einmal Stromkaje, Melviu-Mersk, zum gleichen Zeitpunkt geht noch ein Kollege, wird angerufen, für dich in zwei Stunden einmal Revierzentrale Bremerhaven, Radarberatung für Melviu-Mersk mit dem Kollegen XY, der Richtung, wie sagen wir mal, Richtung See fährt. Also das Schiff aus dem Hafen, wo auch immer hinbringt. Wahnsinn, was dahinter steckt. Also und dann, ich war auch mal in Wilhelmshaven beim Wasser- und Schifffahrtsamt, in dieser Verkehrsleitzentrale. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Begriff ist, aber wo… Verkehrszentrale, Revierzentrale, das ist es genau. Wo auch nochmal alle Schiffe, die da in der Deutschen Bucht unterwegs sind und auf den verschiedenen Wasserstraßen auch nochmal kontrolliert werden. Genau. Parallel zu den Lotsen, die die Radarberatung in diesen Verkehrszentralen machen, die gibt es in Bremerhaven für die Weser, dann gibt es Ems und Over Elbe entsprechend, gibt es eben in Wilhelmshaven die Revierzentrale oder Verkehrszentrale, die für die Deutsche Bucht zuständig ist und da sitzt auch die Revierzentrale für die Jade. Die sitzt da auch. Und wenn wir jetzt ein Schiff auf der Jade lotsen, das macht ja auch unsere Brüderschaft, dann fährt der Kollege zur Beratung genau dahin, da ist ein Arbeitsplatz für die Lotsen und sitzt mit den Nautikern vom Dienst, das sind auch alles Nautiker, und Assistenten dazu. German Byte hat, glaube ich, zwei, plus zwei Assistenten, vier. Boah, dann Jade auch nochmal ein, aber die sitzen im Grunde zu dritt, zu sechs, glaube ich, dann und sichern im Grunde, kontrollieren, was sie gerade gesagt haben, die Verkehrsströme. Die Schiffe melden sich da an, die melden sich da ab und die Mayview Maersk, die jetzt aus Bremerhaven losgefahren ist, die meldet sich erstmal bei dem lokalen Revierzentrale Bremerhaven-Weser-Traffic, bis dann die Weser quasi in die Nordsee mündet und dann meldet er sich an einer bestimmten Position, auch bei German Byte-Traffic an und sagt, wir kommen da und daher, das haben die meistens mitgeplottet, wie so ein Handshake, so eine Übergabe und sagen, so, wir fahren jetzt von hier die Weser Richtung Elbe, ist ein Lotser an Bord, ja, nein, dann wissen die auch schon mal, okay, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, als wenn die, ich sage mal, alleine durch die Gegend fahren, allein, weil die Sprachbarriere nicht da ist. Das ist ein Lotser an Bord, das spricht Deutsch und macht natürlich schon mal vieles per se einfacher. Ja, und dann meldet sich der Lotser für Elbe bei German Byte nachher wieder ab, weil er dann in den Zuständigkeitsbereich von, ja, Cuxhaven, Traffic, also der Verkehrszentrale da entsprechend kommt. Also das läuft auch nochmal parallel dazu. Hat alles zu tun mit dem maritimen Sicherungskonzept Deutsche Nord- und Ostsee, was der Bund im Grunde da lebt und vorgibt. Und wir sind ein Teil dieses Systems, die Lotsen plus die Revierzentralen und die ganzen Angestellten, die da auch entsprechend tätig sind. So hängt das alles zusammen. Wahnsinn, faszinierend, was da, was für ein großes Konstrukt dahinter steckt. Das denkt man nicht, wenn man einfach nur die Containerschiffe da am Horizont. So einfach durch die Gegend fahren ist hier wirklich nicht. Also, wir sind auch in Deutschland. Aber nee, tatsächlich, das hat aber auch alles Hand und Fuß und es funktioniert auch. Ja, damit wird ja auch unsere Küste geschützt. Das macht schon Sinn, dass es so ist. Wie viele Lotsen gibt es denn in Bremerhaven? Es ist die größte Lotsenbrüderschaft, habe ich gelesen. Es ist die größte, die Brüderschaft mit dem größten Revier. Das ist tatsächlich so, weil keine Brüderschaft hat und ein großes Revier will wir haben. Wir fahren ja eben, also Deutsche Bucht, Weser und die Jade, Alte Weser und das macht es dann eben. Größte Brüderschaft ist tatsächlich die Elbe. Die haben knapp 300 Lotsen. Dann kommen die beiden Kanalbrüderschaften, NOK 1, NOK 2. Nordostseekanal. Den Nordostseekanal, genau. Und dann kommen anzahlmäßig wir. Also, wir sind da im Mittelfeld. Wie viele Lotsen haben Sie in Bremerhaus? 110. Zuzüglich Hafenlotsen, das sind dann ja auch nochmal 30, 35. Und die haben jetzt zwar nichts in meiner Brüderschaft zu tun, aber die sind hier ja auch noch. Und dann die Kollegen, die eben von Bremerhaven nach Bremen die Schiffe weiterlotsen. Das ist der Lotsenbrüderschaft Weser 1 und die haben auch nochmal um die 30. Also auch ein paar. Und insgesamt gibt es entlang der deutschen Küste sieben dieser Lotsenbrüderschaften. Genau. Wenn wir im Westen anfangen, das ist die Ems. Dann kommt Weser 2 Jade, Weser 1, 3, die Elbe 4, NOK 1, ist 5, NOK 2, 6 und dann Wismar, Straße und Rostock. Nachher wieder Vereinigung dazugekommen. Ganz im Osten Nummer 7. Und wenn man es ganz korrekt ausführt, gibt es noch zwei Hafenlotsen, Gesellschaften, Hamburg und Bremerhaven. Das sind aber keine Bundeslotsen, sondern Landeslotsen. Das ist der einzige Unterschied. Die lehnen aber ihren Betrieb genauso an Seelotsgesetz an. Und von daher ist es dann absolut vergleichbar. Das Seelotsgesetz, dieses Seelotswesen ist so ein großes Wesen. Und trotzdem sind Sie alle freiberuflich unterwegs. Sie sind nicht Angestellte des Bundes. Genau. Wir sind wie Notare auch, unterliegen wir aber der Aufsicht. Maßgabe ist da das Seelotsgesetz. Es gibt eine Rechtsaufsicht durch die Generaldirektion Wasserstraßen-Schifffahrt. Und die gucken also, dass wir unsere im Seelotsgesetz beschriebenen Berufspflichten erfüllen. Und die Brüderschaft hat da auch bestimmte Pflichten, wie zum Beispiel meine Kollegen zuversichert sind, wie im Fall von Krankheit, Tod etc. Das wird da alles geregelt. Da haben wir bestimmte Vorgaben und die gucken, dass wir es umsetzen. Aber ansonsten sind wir frei in unseren Entscheidungen. Hintergrund ist, dass man keine Wettbewerbssituation entstehen lassen möchte oder irgendwie versteckten Druck, Hidden Pressure, das englische Wort dazu, soll heißen, jetzt machen Sie das mal nach dem Motto, ich bezahle Sie ja schließlich auch. Also da sind die Lotsen frei in der Entscheidung und niemandem verpflichtet, außer sich selbst und den Gesetzen halt. Das ist das Konstrukt. Auch ein Räder kann ich sagen, wenn man, ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel, ist nicht mehr so grenzwertig mit dem Wasser und dass er dann Druck ausübt und sagt, Sie fahren jetzt, sonst sitzen Sie bald und haben nichts zu essen mehr und dann macht man es halt, obwohl man eigentlich weiß, dass es jetzt sehr, sehr grenzwertig ist und schief gehen kann. Und genau das will man nicht und von daher sind wir Freiberufler und dann, ja, passieren solche, können solche, gibt es solche Konstellationen einfach nicht. Wie werden Sie denn gezahlt? Also nicht vom Räder und nicht vom Bund? Das läuft irgendwie nochmal über den dritten Weg dann. Indirekt? Nee, nee. Ja, nee. Wir werden, also, oder ist das jetzt zu kompliziert? Wir sind zwar Freiberufler, nee, überhaupt nicht. Wir sind zwar Freiberufler, wir haben aber keine Tarifhoheit, sondern die Bezahlung, eine Lohnstunde wird vorgegeben, das macht der Bund, der ist der Tarifgeber, der sagt, der schifffert auch, was eben die Lohnsdienste kosten, der nimmt das Geld netterweise für uns auch ein, die Verwaltung haben wir da nämlich nicht, und treibt es auch ein. Das ist ja international nicht ganz so einfach und kann viel Geld kosten und dann kriegen wir dieses Lotsgeld, ein privatrechtliches Entgelt auf unser Lotsgeldkonto und dann haben wir eine sogenannte Verteilungsordnung und verteilen es nach Maßgabe ja, dieser Ordnung an die Kollegen. Und da steht jetzt drin, weiß ich, alle, die ein A haben, kriegen 100 Euro, alle, die ein B haben, kriegen nur 50 Euro, steht da so nicht, aber wir können im Grunde das komplett selber vorgeben, wie wir das machen wollen und das haben wir auch und so kriegen wir unser Geld quasi. Und bezahlen tut es, tut es denn die Schifffahrt, also der Reda, der Reda im Grunde geht einen Vertrag ein, ja, mit uns, dem Bund, das ist jetzt rechtliches Konstrukt und zahlt es denn im Grunde. Aber er kann nicht direkt Druck auf uns ausüben, weil der Bund holt sich das Geld von ihm. Aber das ist ja eigentlich gut, dass da auch keinen Druck ausüben kann, dass sie da über ihre Grenzen gehen oder sich über irgendwelche Sicherheitsvorgaben hinwegsetzen, nur weil der Reda seinen zeitlichen Druck an sie weitergibt. Richtig. Vor allen Dingen ist es so, dass das, wenn sie so mit Inkasso sich mal auseinandersetzen, besonders mit Schiffen, die dann eben keine deutsche Flagge haben und damit ist kein deutsches Recht und, 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 und irgendwelchen Firmen, die da, weiß ich, auf Panama sitzen, ja, da ist natürlich so eine Brüderschaft so und wenn dann die Bundesrepublik Deutschland mit der Bund zum Beispiel, Vollzugsbehörde ist der Zoll, die haben da ganz andere und weitreichendere Möglichkeiten und von daher kann man nur sagen, das wünschen sich andere. Es kostet vor allen Dingen uns nichts extra. Und das ist, Und in diesem komplizierten Konstrukt sind Sie jetzt der älter Mann. Habe ich gerade zu Beginn gesagt, kann ich sagen, Sie sind der Chef der Lotsen, haben Sie gesagt, um Himmels Willen, bloß nicht. Nee, 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 nee. Vielleicht können Sie aber, wo wir jetzt ein bisschen dieses ganze Seelotswesen verstanden haben, nochmal erklären, was die Aufgabe des Ältermanns ist. Ja, Sie hatten es vorhin schon so schön auf Deutsch gesagt, Primus inter pares, nicht? Ich bin also der Erste unter Gleichen. Heißt, so eine Bruderschaft, wo die Leute, ich sage mal, kommen und gehen auf die Schiffe und zum Radar, Landradar gehen und ihren Job machen, muss ja irgendwie auch bestimmte Aufgaben und Vorgaben erfüllen. Und wenn dann bei 110 Kollegen das jeder einzeln macht, dann wird es sehr interessant und funktioniert in der Regel nicht. Also sucht die Bruderschaft, hat ja eine Satzung. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und wir haben also eine Satzung und in der Satzung steht eben drin, was die Organe der Bruderschaft sind. Das ist einmal die Mitgliederversammlung und der Ältermann. Sachte ich ja schon so, ist der Vorsitzende, wenn man es mal so greifbar beschreiben möchte. Und dann wird eine Wahl durchgeführt, alle fünf Jahre, eine Vorschlagswahl. Da kann dann jeder, irgendjemanden auf den Zettel schreiben, sich selber natürlich auch und danach wird dann gefragt, wenn die Vorschlagswahl dann gelaufen ist, stellst du dich zur Wahl, stellst du dich nicht zur Wahl und am Ende haben sie dann eine Wahlliste und dann können die Kandidaten in einer danach folgenden Wahl gewählt werden. Es ist noch vorgegeben, wie viele Stimmen du brauchst, wenn da mehrere sind und so weiter und so fort. Ja, und wenn du dann zum Ältermann gewählt worden bist, erfolgreich, dann bist du quasi der Vertreter der Brüderschaft nach innen, nach außen, vor Gericht und musst dafür sorgen, komm mal wieder auf Seelotsgesetz, dass die Vorgaben da umgesetzt werden. Also im Grunde ist das hier eine Basisdemokratie. Ich kann auch nur Vorschläge machen und muss mir dann Mehrheiten besorgen oder ich kann Dinge hier sammeln und merke, aha, da hast du ein Interesse, trage es dann vor, dann habe ich noch so ein Beratungsgremium, nennt sich Beirat, da sitzen dann auch noch mal Kollegen drin und so verändern wir dann Dinge, passen Dinge an. Es ist mitunter sehr zäh, sehr mühselig, nicht unbedingt in Echtzeit umsetzbar, aber so funktioniert es seit 1954 und nun, ja, mache ich es seit vier Jahren. Ob erfolgreich oder nicht so erfolgreich, das werden wir dann sehen, aber im Moment steht noch alles und die Schiffe fahren, also zumindest die Vorgaben habe ich umgesetzt und müssen wir mal gucken. Und an Bord gehen Sie aber jetzt nicht mehr, um als Lot zu beraten, tätig zu sein. Dafür haben Sie keine Zeit mehr, sondern Sie sitzen jetzt in Bremerhaven am Schreibtisch. Ich, tatsächlich, habe ich noch einen Kollegen, der sitzt auch Vollzeit mit mir im Büro, meinen Stellvertreter und wir haben auch noch für andere Spezialaufgaben auch noch Kollegen, die jetzt zeitweise ins Büro kommen. Also daran sieht man schon, was das mittlerweile für ein Verwaltungsaufwand geworden ist. Ich selber habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf Damen noch, nur für die Abrechnung, weil es muss ja irgendwie, ja, wir haben zwei Bezirke, Wilhelmshaven und Brimmerhaven. In Wilhelmshaven haben wir auch noch mal einen Obmann, also ich sage jetzt mal einen Stadthalter vor Ort, weil du ja nicht, das sind ja auch 100 Kilometer dazwischen und nochmal eine Wachstation haben wir da auch und eine andere Wachstation hier in Bremerhaven. Da leisten wir uns 24-7 Disponenten, die brauchen wir nämlich, weil 365 Tage, 24-7, sie sagten es vorhin, es muss irgendwie koordiniert werden. Da haben wir hier Leute, die also 12-Stunden-Schichten gehen. Wahnsinn. Da sind nochmal sechs hier in Brimmerhaven, ja, und in Wilhelmshaven, gut, die haben jetzt nicht durchgängig Dienst da, aber da sind auch nochmal vier oder fünf Angestellte und ich bin gleichzeitig aufgrund der Eltermannsfunktion auch noch Geschäftsführer im Lohls-Betriebsverein, der diese Versetzboote koordiniert. Also im Grunde haben wir da noch in unserer Außenstelle ja unser Stationsschiff Weser, was schwimmt in der Wesermündung liegt, die Versetzboote hier vor der Tür und auch nochmal 140 Angestellte und dann wissen sie, dass ich viel zu tun habe und ihre Frage war, ob ich ab und zu nochmal fahre. Nö, ich ziehe die Frage zurück. Vor anderthalb Jahren habe ich es einfach mal gemacht, aber das große Problem ist tatsächlich, die Schiffe hatten wir ja schon, die fahren ja nicht, wie sie wollen und mein Terminkalender, dass das passt, ist das Problem. Wahnsinn. Ich gehe schon fahren, nächsten Morgen, nächsten Tag müsste ich frei haben, weil ansonsten besteht die Gefahr, dass, ja, Herr Jansen, der war doch eigentlich hier, der wollte doch kommen, ja, der ist aber noch unterwegs, das kann ich nicht machen. Nee. Gabby Konflikt. Das geht nicht. Welche Voraussetzungen muss man da mitbringen, damit man überhaupt Lotse werden kann oder kann man es gar nicht selbst werden, sondern muss man berufen werden? Ja, sie müssen bestimmte Eingangsvoraussetzungen mitbringen, damit sie vielleicht mal berufen werden. Nein, tatsächlich ist es so, ich habe dann irgendwann den Weg in die Seefahrt gefunden, dann bin ich angefangen zur See zu fahren, dann habe ich irgendwann mein Befähigungszeugnis in der Tasche gehabt und durfte dann als nordischer Wachoffizier, dritter, zweiter Offizier loslegen, dann bin ich irgendwann Schnellversion jetzt erst Offizier geworden, das habe ich dann ein paar Jahre, dann bist du Stellvertreter vom Kapitän und letztendlich bin ich dann Kapitän geworden, bin ich zum Kapitän befördert worden, dann bin ich also als Kapitän in der Weltgeschichte rumgekurvt und habe da so viel erlebt, was mir heute zugutekommt. Mit was für einem Schiff waren Sie unterwegs? Ich bin Containerschiffe gefahren und alle Größen mit Kranen, ohne und ganz groß, ganz klein. Ich habe das, meine Reederei hat alles geboten und die haben mich auch immer freudig überall hingeschickt. Also ich habe irgendwie, ich gucke ab und zu verrückt nach mehr, gebe ich ja zu, interessant und dann wird ja der Panama-Kanal, dann habe ich dann irgendwann überlegt, wie oft ich durch den Panama-Kanal gefahren bin und wenn dann das zweistellig ist und vorne die 2 steht, weil sie da so eine Linie hatten, ja dann hat man irgendwann, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, der Panama-Kanal ist schön, aber dann denke ich immer nur, puh, egal. Und Suez-Kanal genau das Gleiche, das ist dann irgendwie, ja, wenn man es oft macht und so gemacht hat, würde ich kein Geld mehr dafür bezahlen, da durchzufahren. Wahnsinn, das ist ja eine ganz andere Perspektive, ja. Dann kam 2008, Lehman Brothers, da war ich auf See, mein Schiff, auf das ich eingestiegen war, war Oberkante, Unterkante beladen mit Containern, fuhr Asien, Südamerika und dann passierte das irgendwie alles, denn dauerte eine Rundfahrt, dauerte immer zwei Monate ungefähr, also erst, der Dampfer keinen Platz mehr, denn die zweite Runde, nur noch halb voll, die dritte Runde, die ich dann noch gefahren bin, war der Dampfer dann irgendwie fast leer und alles sagte, nur fahren Sie langsamer, es muss gespart werden, also Brennstoff, weil alles ja so teuer wurde, das war ja ein ganz wildes Jahr 2008 und dann brach ja alles ein. Ja, und ich habe dann einfach ein bisschen Glück gehabt und ich habe dann tatsächlich jemand gefragt, 2009 dann irgendwie, weil ich dann einfach mal wieder zu Hause war, ob ich nicht Interesse hätte mit der Lotserei, da wären altersbedingt Abgänge, weil Krise war, ich stand eh ins Haus, da in der Krise besorgt man sich ja keine Leute, aber hier ist eben die Altersstaffelung so, dass wir eben von jedem Jahrgang eine bestimmte Anzahl von Leuten haben und die gehen irgendwann in Rente und muss dann ersetzt werden, damit man den Bestand hält und da war man also zu dem Schluss gekommen, dass man hier fünf Leute einstellen möchte und dann habe ich gesagt, jo, was braucht man dazu denn? Und dann die Grundlagen, das ist dann die Fahrzeit erstmal mit ausgefahrenem Kapitänspatent und so weiter und so fort, okay, dann die Gesundheitsprüfung, dann bin ich dann los, habe die gemacht, da stellte man dann fest, okay, kriegt noch zehn Kniebeugen hin, kann er machen. Nein. Sie müssen da hochklettern, das geht nicht mit zehn Kniebeugen. Aber das, nee, natürlich nicht und dann geistige Eignung wird auch festgestellt, das ist auch noch so eine interessante psychologische, geistige Eignung, die war auch gegeben und dann am Ende wird man als sogenannter Seelotsenanwärter zugelassen und dann muss man sich entscheiden, in welchen Revieren man sich denn gerne bewerben möchte von den sieben Stück, die da zur Verfügung stehen. Gut, war jetzt einfach, ich wusste, wo ich hin will, weil mich hatte man hier ja angesprochen, also habe ich da auch das Kreuz gemacht und da und dann musste ich mich hier in der Brüderschaft vorstellen, bei den zuständigen Kollegen, da bin ich, das habe ich gemacht, so ein persönliches Gespräch, sehr konservativ immer alles, Brüderschaft, alte Zöpfe und habe ich dann getan und dann irgendwann habe ich Post bekommen, die Brüderschaft stellte das Benehmen her, zusammen mit der Aufsichtsbehörde, die nachher die Anwärter zulassen muss zur Ausbildung und da war ich dann dabei und dann wurde ich ganz offiziell Seelotsenanwärter und bin mit der Ausbildung hier angefangen. Wie lange dauert die? Acht Monate in meinem Fall. Nix mehr Kapitän, war ich ja vorher und auf einmal war ich wieder, war ich Schülerlotse und ja, da kommen wir dann zu dem, zu dem ja und dann musste ich mir also die Meinung der hier zu dem Zeitpunkt vertretenen jüngeren, älteren Lotsen anhören und das ist eine super Sache, also die vermitteln einen das denn schon und lassen einen daran teilhaben. Man kriegt den Einblick und nebenbei sitzt du zu Hause und lernst Telefonbücher tatsächlich, weil die Gesetzesgrundlagen musst du schon alle parat haben, weil so ein Kapitän, der sich in Deutschland nicht auskennt, der möchte ja auch beraten werden, dass er gleich gegen keine Ahnung, was alles verstößt und was für mögliche Strafen nachher bezahlen muss, also leistet der Lotse, dazu muss er es wissen, muss er auch fest im Sattel sitzen, dann die ganzen Verkehrsregeln wie im Straßenverkehr gibt es allgemeine Regeln und auch nochmal revierspezifische, um es mal jetzt einfach erklärbar zu gestalten. Dann muss man ja lernen, so eine Radarbildinterpretation oder so eine Radarberatung, dann muss man die spezielle Morphologie des Revieres, also wie sieht es unter Wasser aus, das sind ja im Grunde, sieht das ja aus, wenn da Berge sind da unten und das Wasser deckt alles ab, dass man da eben auch vernünftig durchkommt. Dann diese ganze Hydrodynamik, die verschiedenen Schiffstypen, die ganzen Anforderungen, die Versetzmanöver, alles was dazu gehört, muss man sich im Grunde irgendwie aneignen und dann kommt irgendwann der große Tag, da wird dann die Prüfung anberaumt, da wirst du dann zu zugelassen, da musst du deine Ausbildungsmappe abgeben, deinen Fahrtnachweis vorweisen, dass du so und so viele Lotsungen durchgeführt hast und im Grunde alles was da vorgegeben ist erledigt hast und dann ist ein halben Tag große Prüfung vom großen Gremium und dann geht es ans Eingemachte und wenn du das dann hinter dir hast, dann wirst du danach in einem Verwaltungsakt zum Seelotsen bestallt und die Bestallung berechtigt dich dann nur in dem Revier der Lotsenbrüderschaft als Lotse auf Rechnung der Brüderschaft tätig zu werden, also nicht eigene Lotsdienste anzubieten, das ist ja der Trick, man möchte ja nicht, dass hier jeder durch die Gegend fährt und hier seine Lotsdienste anbietet, bei mir kriegst du Rabatt oder so, geht nicht, nur in dem Zusammenhang ist sie gültig, du wirst automatisch Zwangsmitglied der Brüderschaft, musst darum dich auch der Satzung unterwerfen, musst an den gemeinsam beschlossenen Maßnahmen teilnehmen und so funktioniert das dann alles, ist das einigermaßen verständlich? Das ist ein Einblick in eine ganz neue, ganz andere Welt, also es ist schon verständlich, weshalb es so ist, also über das Wesen der Brüderschaft kann man schon auch mal nachdenken, aber dass es diese Lotsen geben muss und wie das alles aufgebaut ist, ist schon sehr verständlich und auch sinnvoll. Wesen der Brüderschaft, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, da werden Sie verstehen, warum so eine Brüderschaft schon echt eine Errungenschaft ist. Man denkt ja immer, es ist alles nur kompliziert. Wir sprachen ja vorhin die Verteilerordnung an oder Verteilungsordnung. Es ist also so, dass wir auch füreinander einstehen, das heißt also im Grunde Versicherung auf Gegenseitigkeit. Ein Beispiel, ein Kollege bei uns erkrankt, kann darum nicht lotsen und hat einen ärztlichen Attest, alles was dazugehört. Und nun kommt der Fall, der leider, leider im letzten Jahr mehrfach zweimal vorgekommen ist und dann auch mit dem Schlimmsten geendet ist, ist nicht mehr unter uns der Kollege, der ist einfach so, es gehört zum Leben, Krebs. Diese Brüderschaft zahlt Ihnen ohne ein Wenn und Aber ein Jahr lang Ihr ganzes Gehalt weiter. Und danach gibt es eine Möglichkeit, wenn dann aus irgendwelchen Gründen von Nöten, wo es eine Anpassung gibt, aber da wird im Grunde einmal gefragt, Leute, und dann sagen alle, nee, ist okay, weil man weiß ja in der Regel, was los ist oder man darf es auch kommunizieren von Seiten des Kollegen und dann wird weitergezahlt. Und bei dem haben wir im Grunde gezahlt, bis das Ganze beendet war. Und selbst dann tritt die Brüderschaft noch für die Familie ein und macht nach dem Tode auch noch weiter, dass also man da eine Absicherung hat, die werden sie bei keiner Versicherung kriegen, ohne dass sie keine Ahnung, was für Prämien zahlen. Das ist Brüderschaft. Okay, das macht auch Sinn, weil sie ja eben alle freiberuflich unterwegs sind. Aber das ist gegenseitiges Einstieg. Wenn sie jetzt also von der Leiter abrutschen und sich das Bein brechen und liegen dann im Krankenhaus, da sitzen sie dann nicht und kriegen Existenzsorgen oder sie haben mal Probleme im höheren Alter mit der Pumpe, weil irgendwie es nicht so hinhaut, dann müssen sie da nicht sitzen, wie bei ganz vielen anderen, die da vielleicht mit einem im Krankenzimmer oder in der Station da liegen, die sich in erster Linie gar nicht genesen können, weil sie sich darum Sorgen machen, wie sie das Geld rankriegen, um ihre, was weiß ich, Verbindlichkeiten zu bedienen. Das macht eine Brüderschaft alles mal eben so. Wer hat das denn? Das ist mal ein Beispiel, was Brüderschaft auch bedeuten kann. Alle Achtung, Respekt. Ja, gut. Ja. Weshalb sind Sie eigentlich zur See gefahren? Was lieben Sie so am Meer? Was bedeutet Ihnen das Meer? Also, mein Vater war Lotse in dieser Brüderschaft. Warum wollte ich eigentlich hier doch eigentlich gar nicht Lotse? Wer? Ist tatsächlich so. Er hat immer zu mir gesagt, verbluchst du nicht zur See? Hatte ich auch nicht vor. Mein Opa war, wie heißt es gleich, leitender Ingenieur beim Norddeutschen Lloyd auf Europa und Bremen, also dem Passagierdampfer. Sein erster Sohn war Funker, ist zur See gefahren. Der zweite ist Nautiker und Jurist. Der dritte ist Schiffsmakler. Mein Vater, der letzten Bundesvierter ist auch Kapitän. Sie konnten gar nicht anders. Ja, irgendwie. Ich habe ja überlegt, dass ich andere Dinge mache. So ist es ja nicht. Aber ich habe dann also Abitur gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du dir mal die Welt an. Dann kam ein blauer Brief, der hieß Einberufung. Habe ich nämlich auch nicht aufgepasst. Jetzt kein Problem. Aber ich hatte mir den Sommer anders vorgestellt. Obwohl war auch gut. Fahrtfinder für Erwachsene. Gute Zeit. Also habe ich meinen Grundwehrdienst geleistet und mein Vater, der sah dann irgendwie wohl schon kommen, dass der Sohn alle Interessen hatte, aber irgendwie beruflich nicht wusste und hat dann gesagt, naja, es besteht in der Zukunft eine große Nachfrage an Nautikern, weil die Rädereien in Deutschland ganz viel Schiffe bauen, also Tonnage und dafür brauchen sie einfach Leute, die dann damit durch die Gegend fahren können. Das konnte man da sehen. Jetzt sind wir so in den Ende der 90er und habe mich dann, weil ich fluglos hatte ich mal überlegt, ich hatte noch einige Ideen, auch bei der Bundeswehr, aber irgendwie mal nicht so richtig und ich bin auch wirklich froh im Nachgang, dass da Leute waren in diesen Gesprächen, die das wohl auch erkannt haben, dass ich so richtig die letzte Überzeugung nicht habe und mir so ein bisschen abgenommen habe und gesagt habe, nee Junge, eigentlich willst du das gar nicht, auch wenn du das selber dir jetzt vielleicht einredest und so, ja echt und so bin ich dann an der, also an der Seefahrtschule in Elsfried gelandet, Fachhochschule Oldenburg war es damals und ja, los ging die Reise und den Rest hatte ich ja vorhin schon erzählt und dann hat sich das so ergeben. Und Sie haben es geliebt? Erst habe ich meine Probleme damit gehabt, aber wenn du dann als junger Mensch auf einmal die ganze Welt siehst und eben wo andere viel Geld für bezahlen, dass sie mal mitfahren dürfen, dann öffnet sich der Horizont und dann findet man es irgendwann sehr interessant und im Groh auch toll. Also es ist schon, ich fahre gerne nach Helgoland und fahre ich gerne nach Helgoland, wenn sie auf Helgoland sitzen und sie haben dann irgendwann, wenn alle wieder gefahren sind, die Tagestouristen ihre Ruhe und sie sitzen auf dem Oberland und gucken dann einfach mal den Horizont, also am Ende des Horizonts, da sieht also die Erde ist eine Kugel, dann kann ich das stundenlang tun und finde es total entspannt und entschleunigen. Und das haben Sie bei der Seefahrt auch, wenn Sie über den Pazifik fahren, das Wetter ist gut oder im Indischen Ozean ist das genau das Gleiche. Du sitzt da vier Stunden und kannst über Gott und die Welt nachdenken und so eine Ruhe. Und das finde ich, fand ich, habe ich immer genossen dann. Habe ich jetzt nicht mehr, dann muss ich auch in der Helgoland fahren. Ja, dann sind Sie ja schnell. Ach, Herr Jansen, danke, dass Sie uns hier heute mit als Lotse an Bord genommen haben oder ins Lotsenwesen eingeführt haben, in diese ganze Welt der Lotsen mitgenommen haben. Ja, sehr gern. Faszinierend. Ist ein Riesenthema, ne? Wahnsinn. Ja. Auf den Geschmack gekommen, es werden Männer und Frauen für den Lotsendienst gesucht. Also wendet euch an eine der sieben Lotsenbrüderschaften bei uns im Norden. Vielleicht heißen die dann irgendwann auch nicht mehr Brüderschaften. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt nicht zu viel Stress in dieser Zeit und entspannt euch, wenn ich euch wieder mit ans Meer nehme. Nächste Woche ist es wieder soweit. Denkt an eine kurze, gute Bewertung bei Apple Podcasts, abonniert den Podcast, was auch gut, und erzählt anderen davon. Danke euch und bis bald. 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 Danke euch und bis bald.